In diesem Video möchte ich Ihnen fünf Fragen bzw. deren Antworten vorstellen, die Sie bitte niemals in einem Bewerbungsgespräch sagen. Mein Name ist Annett Brinek, ich bin die Business Coach aus Wien und ich coache zu den Themen Bewerbung, Karriere und Führung. Die erste Frage ist, haben Sie gut hergefunden? Die richtige Antwort auf diese Frage ist natürlich selbstverständlich, vielen Dank der Nachfrage oder irgendwas in dieser Richtung. Was Sie auf keinen Fall tun sollten, ist zu sagen, die Anreise war schwierig, ich habe schlecht hergefunden, ich habe die U-Bahn nicht gefunden, letzteres habe ich in einem Bewerbungsgespräch gehört. Es kommt nicht gut. Im Zeitalter, wo sich auf jedem Smartphone ein Google Maps befindet, auch nur irgendwelche Schwierigkeiten bei einer Anreise deutlich zu machen. Eine zweite Frage, und auch die kommt mit ziemlicher Sicherheit in jedem Vorstellungsgespräch, ist die Frage, wo sehen Sie sich in drei Jahren? Es ist ein bisschen abhängig davon, ob man die Frage stellt, drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, ich werde gleich im nächsten Schritt auf die Frage eingehen, wenn es um die zehn Jahre geht, aber bei den drei Jahren geht es jedenfalls einmal darum, dass Sie auf keinen Fall antworten, dass Sie sich dann schon in einer Führungsposition sehen oder bereits in einem anderen Job. Sie bewerben sich für diesen Job. Und man möchte natürlich wissen, ob Sie jemand sind, auf den man sich verlassen kann und der auch einige Zeit in diesem Unternehmen und in diesem Job bleiben wird. Und man möchte sich nicht in wenigen Monaten schon wieder jemanden Neuen suchen. Wenn Sie gefragt werden, wie Ihr Leben in zehn Jahren aussieht, dann sollten Ihre Alarmglocken schrillen. Denn das ist mit Sicherheit eine Fangfrage. Unternehmen dürfen nicht diskriminieren aufgrund des Geschlechts oder der Religion oder Sexualität und deswegen versuchen Sie natürlich auf irgendeine andere Weise herauszufinden, ob Sie einen aktuellen Kinderwunsch haben. Und auf das sollten Sie sich keinesfalls einlassen. Wenn Sie nach den zehn Jahren gefragt werden, dann halten Sie Ihren Fokus jedenfalls auf Ihrem beruflichen Leben und geben diesbezüglich auch eine ehrliche Antwort. Wobei, vergessen Sie nicht, was ich gerade bei der vorigen Frage gesagt habe, wenn Sie einen Führungsanspruch haben, dann sollten Sie das allenfalls dort erwähnen, wo Sie noch sehr jung sind. Denn dort ist es realistisch, dass man in zehn Jahren vielleicht einen Anspruch hat, eine Führungsposition einzugreifen. Nicht realistisch ist das, wenn man bereits 40 ist und bislang keine Führungserfahrung hatte. Wenn Sie gefragt werden, warum Sie Ihre aktuelle Position verlassen wollen, dann machen Sie um Gottes Willen nicht den Fehler, dort irgendwie zu lästern, dass Ihre Führungskraft dumm ist oder was auch immer. Das dürfen Sie auf keinen Fall machen. Vermeiden Sie überhaupt über irgendeine Firma in der Vergangenheit schlecht zu reden. Denn das ist logischerweise, dass sich die Bewerber, also die Personalisten dann auch denken, dass Sie in einigen Jahren dann über Ihr Unternehmen schimpfen werden. Wenn Sie also diese Frage bekommen, dann antworten Sie zukunftsgerichtet. Sagen Sie, dass Sie sich von der neuen Position ein Weiterkommen erwarten, dass Sie sich freuen, neue, spannende Herausforderungen übernehmen zu können oder irgendetwas, was Ihr derzeitiger Job nicht bietet. Was Sie durchaus sagen können, ist, dass Sie in Ihrer eigenen Firma, also in Ihrer aktuellen Firma, keine Entwicklungschancen sehen und dass Ihr Job mittlerweile keine Herausforderungen mehr für Sie darstellt und dass Sie aus diesem Grund wechseln wollen. Eine bei Bewerbern sehr beliebte Frage ist die nach Ihren Stärken und Schwächen. Es gibt niemanden, der diese Frage wirklich mag. Machen Sie eines nicht, wenn Sie nach Ihren Schwächen gefragt werden, so sagen Sie bitte auf keinen Fall, ich habe keine. Insgesamt möchte ich Ihnen noch den Ratschlag geben, dass Sie Fragen nicht nur ganz kurz beantworten, also zum Beispiel, ich habe keine Schwächen. Nutzen Sie in jedem Fall die Gelegenheit, bei jeder Frage, die Ihnen als offene Frage gestellt wird, auch tatsächlich ausführlich zu antworten, weil es geht genau darum, daran zu arbeiten, wie Sie im Bewerbungsgespräch ankommen und wie sympathisch Sie den Anwesenden sind. Und ganz besonders natürlich auch darum, dass Sie Beziehungen mit diesen Leuten machen. Denn das ist entscheidend darüber, ob Sie letztlich in die zweite Runde kommen und ob man Sie für den Job in die enge Wahl nimmt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.